Liebe Freunde und Förderer der Münchner Schachstiftung, persönliche Treffen sind momentan nicht ganz einfach. Aber als Ausgleich kommt hier ein ganz besonderer Gruß unseres kreativen Schachmaskottchens und Springerpferdchens Schachi, das auch die Kinder in unseren Grundschulprojekten so sehr lieben. So Schachi, jetzt bist du dran. Ich? Oh, okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Schachi, du schaffst das. Wir glauben an dich. Dann fange ich jetzt mal an. Ihre Spende kommt gelegen. Mähne flechten, Rufe pflegen und ein Säckchen Haar verkaufen. Dafür würde ich rennen laufen. Und wir Springer danken sehr. Doch die Stiftung braucht viel mehr. Kinder fördern, Hoffnung geben. Darauf kommt es an im Leben. Gute Taten braucht es so. Und was gut ist, das macht froh. Das Team der Münchner Schachstiftung grüßt Sie ganz herzlich und freut sich sehr auf weitere gemeinsame Projekte im neuen Jahr. Das Team der Münchner Schachtstiftung grüßt Sie ganz herzlich. Herr Schachstiftung grüßt Sie ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.